Musik Es war sehr direkt und es war Seehofer und es war bemerkenswert, mit welcher Präzision und Disziplin auch die Fragesteller unterwegs waren. Unser Ministerpräsident direkt, wie er leibt und lebt. Er ist einfach gut, er ist direkt, er kennt sich in den Themen aus und vor allen Dingen, er nimmt halt wirklich auf, was er wirklich gefragt wird. Hervorragendes Format, klasse Veranstaltung, es könnte nicht besser sein. Ja, sehr gut. Also ich muss sagen, dass gerade ein Ministerpräsident sich immer die Fragen der Bürger so stellt und so direkt, ist auch mal was anderes zu den herkömmlichen Reden, also von dem her finde ich das sehr gut und es geht auch auf die Leute zu und es ist ein bisschen lockerer. Hat mir sehr gut gefallen, das war sehr interessant. Ganz neues Format, einen Seehofer-Ministerpräsidenten so nah zu erleben, ist wunderbares, ja. Also mir hat es sehr gut gefallen, ich fand, der Herr Seehofer hat das sehr gut dargestellt, ich war von vielen Konzepten sehr positiv überrascht und ja, also meine Stimme hat er. Sehr gut, sehr abwechslungsreich, viele interessante Fragen und ich glaube, da sind auch interessante Informationen rübergekommen. Vielen Dank.